ein fröhliches und herzlich willkommen zu einer neuen folge parkitekt sandbox modus denn heute ist freitag und freitag ist obwohl heute ist gar nicht freitag denn heute samstag oder ist noch freitag ich weiß es nicht ich weiß es nicht jungs denn ich wollte eigentlich obwohl bevor ich das jetzt erzählen ganz kurz was baue ich hier gerade ich baue gerade den catwalk beziehungsweise laufsteg für die achterbahn damit man täglich die tägliche wartung durchführen kann wie das bei achterbahn so üblich ist damit die gäste diese bahn benutzen können in echt wird das machen in parkitekt macht man sowas nicht so was gibt es hier gar nicht dieses feature aber ich fand für den realismus ansatz ist das vielleicht ganz wichtig werden nämlich heute nicht nur das machen sondern wir werden heute auch stützen bauen sowie endlich das angekündigte thematisierung anfangen die sagt aber nämlich zum beispiel das schiff bauen damit wir das heute alles schaffen und die drei stunden speed bild hinaus bringen habe ich heute nicht auf sechs fahrer geschwindigkeit gestellt was ungefähr meine normale stelle zeitraffer geschwindigkeit entspricht die so zwischen sechs und fünf fliegt nein wir haben heute auf achtfache geschwindigkeit zum ende hingestellt und werden zwischendurch sogar auch zehnfache geschwindigkeit ja krass ne so aber zurück zu dem was ich jetzt eigentlich sagen wollte leute vielleicht kommt das video heute gar nicht heute also für euch doch heute sondern freitag heute sondern erst samstag dann tut mir das leid und es kommt später wenn freitag denn ich hatte gerade eine lustige sache ich habe das video gerade vorhin aufgenommen mit ton meine stimme und jetzt fragt ihr euch warum nimmst das noch mal auf ihr habt mein mikrofon hat nicht funktioniert wenn es hat irgendeine einstellung geändert was ich nicht bemerkt habe erst im nachhinein als ich diese lustigen 20 minuten aufgenommen hatte ja und jetzt nehme ich das noch mal direkt im anschluss ist auch ein bisschen so blöderweise jetzt meine stimmung deutlich schlechter gelaunt es tut mir wirklich leid ich war gerade richtig motiviert ich war gerade so gut in stimmung und jetzt ist das so ein dispointer ich habe so ein scheiß einfach nur deprimierend sowas geht mir einfach auf den sack ne so achtung jetzt kommt gleich ein cut und schwuppdiwupp da sind die stützen in weil ich euch das mal ersparen wollte ja dann mal ganz kurz die schienen lackieren aber hey so im normalfall um dieses problem zu beheben dass ich dadurch das video verspätet durch irgendwelche technischen probleme nehme ich das normalerweise nicht am selben tag auf am ullis tag zum beispiel heute der 17 6 freitag im normalfall nehme ich das immer am donnerstag auf wahrscheinlich immer immer so gegen abends leider war ich gestern verhindert da ich im kino war nämlich in jurassic world kings dominion oder auf deutsch jurassic world ein neues zeitalter und allen schlechten kritiken dagegen sage ich einfach mal ich fand den film gar nicht so schlecht ja so ich ich weiß es ist vielleicht eine komische aussage viele finden den scheiße kann ich durchaus verstehen aber ich fand den gar nicht so schlecht ja jetzt könnte gerne meinen film geschmack aber kennen ist mir egal ich fand ihn gar nicht so klar mit den großen insekten ja okay könnte man sich was besseres überlegen können aber ich fand die grundidee gar nicht mal so schlecht ja ich fand zwar unterhaltsam ging hier hätte schlimmer sein können er hat mir auch vorher nicht gespoilert war alles sehr überraschend obwohl ich manche sachen augen fragt würde ich fand warum jetzt plötzlich insekten was ich cool fand jetzt achtung spoiler alert das henry blue also der doktor hinter du essig park und du essig wird zum schluss würde ich schon irgendwie sagen zu den guten gewechselt das fand ich irgendwie schön nur dass man ihm dann doch noch eine gute rolle gegeben hat weil so vorhin dann es war da irgendwie nie so der richtig gute ja aber und was ich natürlich cool fand jetzt achtung noch mal spoiler alert dass der original cast wieder zurückkam und ich bin ganz ehrlich ich mag eigentlich doktor ihn melken ja es tut mir leid ich oute mich heute komplett aber hey so deswegen habe ich auch irgendwie bock noch ein weiteres bild format ans noch mal zu machen wenn ihr auch bock drauf hat natürlich wir haben jetzt überlegt wegen du essig wird halt dass ich irgendein dino park bauen möchte und zwar natürlich nicht ein park effect sondern in einem dino spiel jetzt gibt es natürlich aktuell sagen wir mal zwei kandidaten auf dem markt einmal du essig wird evolution die du essig wird 2 evolution ich bin mir da noch nicht mal sicher von fronte development und einmal vor einer prehistoric kriegen und zwar von bluten mehr die jahren oder wieder wenn sie sich auch aussprechen blumen keine ahnung von quality view der publisher ja dass mich deutlich mehr anspricht weil man da deutlich mehr sachen customisen kann das ist natürlich viel ansprechender für mich wenn ich mir einen auf dem arsch leier bei solchen sachen hier im parkitekt da stelle ich mir deutlich er vorher wie historik gehen dann könnte man machen nicht so ist es wollte dennoch müssen ich mir bei solchen spielen also für historik finden finde ich von der idee sehr cool so dass man alles stretchen stauchen also vom scaling ändern kann das würde ich mir auch mal für ein freizeitpark spiel wünschen ich bin halt mehr freizeitpark ich bin ich mal ganz ehrlich aber trotzdem habe ich in diesem spiel noch nicht so viel zeit rein investiert das heißt ich habe da noch nicht so die große ahnung von deswegen könnte das noch ein bisschen dauert bis da die erste vollkommen vielleicht nächste woche schon vielleicht auch nicht ich weiß es noch nicht wer wird die zukunft zeigen so währenddessen bauen wir auch hier gerade an unserem stationsgebäude noch ein bisschen weiter verschömern war noch mal so die kleinigkeiten wie letzte folge angekündigt da muss noch mal der tico ein bisschen flosse anlegen man muss immer zwischendurch mal die flosse anlegen noch an sachen damit sie mir besser gefallen dann machen wir noch mal ganz kurz eine verschönerung damit diese stein wenn du nicht so hässlich aussehen ja das sieht deutlich besser aus dann geht es auch schon wieder am wasserfall das ist die teuerste glaube ich einer der teuersten baustellen heute ja also diese steine sind schweine teuer schweinchen teuer jungs ne und extrem anstrengend zu platzieren weil du jeden scheiß einzeln bauen musst damit das hier nicht ganz so blocky aussieht naja egal da war schon wieder kein geld deswegen kurz aufgelassen habe ich gerade gar nicht in der folge in der kommentation aber es muss irgendwie sein in meiner finalen aufnahme muss ich immer mindestens einmal gehen ist immer so es ist immer so dass ich mindestens einmal gehen muss in der folge naja egal schafft man schon ne und dann habe ich mir überlegt halt dass wir mal ein bisschen spitze felsen verwenden damit wenn ich immer dieselbe felsmuster haben finde ich sonst sieht langweilig aus und ich finde diese spitzen felsen ganz geil das sieht schon geil aus oder ja geil 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 so dann ein bisschen terror machen damit das hier nicht alles so fliegt ja wir werden da hat später ob wir das noch heute machen weiß ich nicht oder später nicht glaubt später erst in den kommenden folgen wo ich weiter baue hier ja ja ich glaube dass sogar nee wir machen das heute noch fertig ok krass gut 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 habe ich ganz vergessen so gleich kommt auf jeden fall schon das schiff wie angekündigt deswegen versuche ich mal ganz kurz ein paar sekunden zu überbrücken wann kommt das schiff jungs wann kommt das schiff jungs wann 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 da kommt das jetzt achtung fertig schiff bitteschön ne das ist jetzt auf zehnfacher geschwindigkeit weil das zum zuschauen extremst langweilig ist wenn ich ehrlich bin also das ist wirklich einfach nur eine katastrophe zum zuschauen bei dieser geschwindigkeit deswegen speed gut katastrophe solche schiffe zu bauen oder solche sachen generell weil du brauchst echt richtig gefühl in den flossen ja richtig gefühl in den taxen sonst ist das eine katastrophe ist auch sonst eine katastrophe aber hey ich schaff's ja irgendwie hoffe ich werden wir am ende im endeffekt sehen ob ich schaffe oder nicht genau ich wollte aber vorher noch irgendwas sagen ich hab's vergessen ich hab's vergessen damit was wollte ich denn sagen was wollte ich denn sagen ich weiß es nicht fuck mist ich hab den faden verloren ich hatte so ein cooles gesprächsthema noch was ich jetzt vergessen habe ach ja hier sieht man wieder meine künste gerade linien zu ziehen ich kann sowas nicht ja bitte verklagt mich nicht dafür verurteilt mich nicht dafür ich kann es einfach nicht ich hab nicht dieses ich hab nicht dieses gefühl in der tatze ich hab nicht dieses gefühl in der hand dieses gefühl hab ich nicht in der hand na jetzt kommt schon wieder so ein halb dialekt durch den ich nicht kann naja ne und ach ja das wollte ich sagen fällt mir wieder ein so also klar das zehnfache geschwindigkeit sonst kann man sich nicht geben das heißt ihr seht jetzt 60-70 minuten in sieben minuten zusammengezogen nice egal oder so ungefähr ne und ich weiß jungs ihr seht ja oben gerade mein fps counter ich meine wenn ich mal bei 60 fps durchgängig ja und ihr müsst bedenken ich habe jetzt keinen schwachen pc ich habe einen sehr starken pc mit einer rtx 390 und einer guten amd cpu würde ich mal sagen bin ich jetzt nicht gehöre ich nicht zu den leistungsschwachen pc's ja und trotzdem ist es mein pc hier aber hey ja das kommt auch noch zwischendurch dazu dass man sachen neu bauen muss weil sie scheiße aussehen ne seht ihr ja das sah einfach nicht geil aus hm naja dann das nochmal eben machen weil das auch nicht geil aus sah und dann bei der am drachen kopf das war auch eine katastrophe ja aber ihr seht wir sind nicht mehr bei 60 fps das heißt ich sollte vielleicht in zukunft ein bisschen teile spannender bauen und sagen wir mal so was ich hier tue ist nicht teile spannen ja ich weiß nicht wie viele dutzend teile kreise ich mache ich hasse erstmal diese arbeit ist eine katastrophe für mich als immer bin ich am rande der verzweiflung am rande des wahnsinns also wenn ich meine meine audio aufnehmen würde und keiner in diesem haus wäre ich würde so rumschreien meine güte das wäre eine katastrophe dieser drachen kopf wäre eine katastrophe ne gleich werden wir den drachen auch noch lackieren lackieren geht ja relativ schnell jetzt kommt meine nächste verzweiflungstat gleich der hals meine güte dieser hals ich habe angst ich hasse ich hasse diesen heißt es war ich eine schwierigkeit ne also das geht ja also wir werden später in den kommenden folgen oder in der nächsten folge nochmal drachen bauen oder sowas in der art ohne vorlagen und das ist dann echt eine katastrophe war dann da ist mal wieder was krumm da ist was schief geraten bohr das ist ja noch halbwegs okay weil ich mich einfach durch verschiedene größen einfach durchklicken konnte und dann dadurch jetzt mich halbwegs gerade orientieren konnte das halbwegs angenehm das geht ja halbwegs da ist ja nicht das große problem dahinter aber sonst so wenn man es ganz freihand macht boah boah da wird es ja echt bekloppt bei solchen filigranen sachen weil ich will ja auch immer in diesem spiel so mini filigrane piskacke machen was mir auf den sack geht so jetzt kommt das riesige problem das größte problem dieses schiffes segel ja es gibt keinen segel ne doch gibt es eins das da aber das passt nicht das heißt wir müssen irgendeine form finden die geschwungen ist also raus geht und wieder rein wie zum beispiel ein d ja jetzt habe ich schon gesagt die buchstaben werden wir gleich hinzukommen aber ich habe mir zuerst gedacht render das wäre auch einfach ganz easy snack gewesen mit freedom 2k aber freedom 2k gab es nicht so meine idee da habt ihr es gerade gesehen eine klammer zu nutzen mit dem standard schreibt tool in parkitekt hat aber nicht funktioniert weil es zu klein war deswegen kam ich dann auf die idee mit betta letters ein c zu nehmen und das dann einfach so hin zu machen weil die form ist ja eigentlich schon ganz gut aber hat nicht funktioniert deswegen bin ich dann zur klammer zu übergegangen oder klammer auf je nachdem die dann ein bisschen an lackiert und schwuppdiwupp war das segel da dann natürlich jetzt zur finalen phase des schiffes einmal braun machen und ich finde wenn das schiff braun ist sieht das auch schon aus wie ein schiff ne wie ein wikinger schiff seht ja wie ich hier ratzappzapp mache und jetzt der drache grün weil es vorhin mir schon ein bisschen gefallen hat der grüne drache so dann natürlich dass keiner sich vor die drachen für ich muss einmal zensieren einmal einen schwarzen balken über der augen wichtig dann den mast noch kurz lackieren und jetzt zu guter letzt noch so ein kleines podest hin damit der halber von flake da draufstehen könnten wir nicht bauen werden auch wenn ich ja da mal ein bisschen immer so gerne machen würde und natürlich der ruders der ruders schön krumm und schief weil die wikinger haben glaube ich keine disziplin so hoch aber hey und dann haben wir das schiff auch schon abgeschlossen ja gott sei dank das war auch eine katastrophe für sich die folge geht jetzt auch schon wieder 16 minuten jawollo krass ne und das heißt zu guter letzt oder einer der letzten sachen werden wir dieses bucht mit felsen und randen um rahmen umranden 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 damit das jetzt nicht so hässlich aussieht schaff mal ne schaff mal kein problem ne kein problem schaff mal alles ne so einfach ja komm baby mach das eben noch schnell fertig will langsam ins wochenende gehen ne immer dann hier diese bäumchen platzieren damit die stützen weg ploppen ne weil wir müssen natürlich custom stützen machen und ich glaube das ist auch wirklich das letzte was ich heute mache stütz ah ne wir machen da noch später ne für die optik ne stützen 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 sind auch sehr wichtig für die optik das sieht dann deutlich cooler aus das ist dann mein construction an der serie mod trägt damit ich ein kleineres raster habe anwenden und schwuppdiwupp geht es hier einmal durch mit den stützen damit das alles schön supported ist ne support ist ja kein mord ah geil deswegen könnt ihr gerne auch ein abo und ein like da lassen boah das war eine geile überleitung ah geil ich bin hier überleitungsprofi und ich finde man merkt meine geschlechterlaune gar nicht dass ich das schon nochmal nach kommentiere und da ich gerade angst habe dass es irgendwelche probleme geben könnte nehme ich das auch währenddessen noch mit obs auf meine nach kommentation normalerweise nehme ich das über ein anderes programm auf nämlich über mein schnittprogramm und da mir das gerade ein strich durch die rechnung gemacht hat und ich nicht sehe dass ich wirklich meine stimme aufnehmen da habe ich mir gedacht mensch sicherst dich nochmal sicherheitsort war ab und nimmst das einfach nochmal bei obs auf ja so nämlich und dann geht es wirklich jetzt auf die finalen züge zu soweit ich weiß oder ja noch so ein paar stützen und jetzt sollte es eigentlich mit stützen auch gewesen sein nein fundamente ne das metall geht ja nicht ins wasser damit es nicht rostet macht man hier die fundamente über das wasser habe ich zumindest irgendwo mal gesehen ob das jetzt wirklich stimmt weiß ich nicht sieht auf jeden fall cool aus ja eben schnell noch so ein paar kleine stützchen hin platzieren ein paar fundamentos mister fundamentos ah ne noch eine stütze ja natürlich kein problem wir bauen stützen bis zum abstützen ne dann natürlich wieder die bäumchen stützen bäumchen stützen bäumchen baumstumpf ne damit die stützen weg kloppen dann dahin noch ein kleines stützchen und dann wassers noch und nein am guter schlitz kommt ja noch das habe ich ganz vergessen das habe ich auch gar nicht kommentiert gerade hier kommt noch mal ein bisschen gemüse hin mit gemüse meine ich stein klippen ne relativ günstig kann sich ruhig leisten und zu guter letzt bauen wir noch das abstellgleis da über das abstellgleis im dach weil mir das so noch nicht ganz gefällt natürlich noch ein bisschen farbvariant reinbringen damit das cooler aussieht und dann wassers eigentlich auch schon zu guter letzt ne hier seht ihr einmal kurz zack 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 einmal cool lackieren damit das gut aussieht habe ich aus versehen das wassermichel lackiert das war keine absicht aber hey passiert dann noch ein bisschen wasser effekte hinzufügen nebel ist glaube ich auch schon zwischendurch hier dran und dann noch hier ein paar felsen und damit würde ich sagen muss ich mir nichts mehr aus dem finger ziehen ich hoffe euch gefällt dass ich es nach kommentiere wenn ihr es nicht wollt sagt man einfach lasse ich kein problem ich bin da ich fühle mich hier nicht zu verpflichtet ihr müsst mich nicht zu zwingen wenn ihr es nicht wollt ja und wenn es nicht freut gar nicht freut mich auch einfach schon blicken und einfach eine musik musik sogar verwenden ich darf es ja nicht deswegen bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen außer ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen tag wunderschönen wunderschönen morgen wann auch immer das video sieht das video kommt doch freitag zwar nicht um 8 0 aber später wir schaffen es doch heute noch ne ich wünsche auf jeden fall wie schon gesagt alles gute bis zum nächsten bis zum nächsten video vielleicht das nächste video parkitekt oder wie angekündigt puja story canyon da kommt das dach apropos fliegt ganz cool ne wir sehen uns auf jeden fall beim nächsten mal und damit noch tschüss und miau tschau tschau und das war eine komische abmod bye bye vorhänge sind schon wichtig gattin ne ich war's tschüss bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020